hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zu meiner dritten woche size zero gym komischer essensplatz hier ne finde ich auch aber es ist heute der super go passiert ich habe ja im letzten video schon berichtet dass ich rückenschmerzen habe eigentlich wollte ich heute schwimmen gehen hatte schön e-tickets reserviert mit meinem nachbarn ich kam heute morgen nicht aus dem bett ich hätte scheiben einschmeißen können ohne mist ich dachte immer ich kenne rückenschmerzen habe ich öfters das was ich heute morgen hatte lecco mio also ich bin stattdessen dann zum orthopäden gefahren wie oma hurtig so mit rund rücken ja habe jetzt ein paar spritzen gekriegt und überweisung zum mrt jetzt liegt anscheinend doch verdacht auf bandscheibe sollte sich das bestätigen ich habe es erst nächsten freitag den termin weil die könnten mich noch niemals mehr in die röhre legen ich sitze hier auch also wahnsinn ich krieg zum teil so eingeknallt da sag ich auf dem boden und geht gar nicht mehr alt werden ist scheiße leute ja ich bin mal gespannt was dabei rumkommt ich hoffe nur dass das akute jetzt nicht die ganze woche bleibt dass ich wenigstens ein bisschen spazieren gehen kann also training habe ich mir jetzt schon mal bitte nicht bitte nicht ich will dieses programm so sehr er sollte sich das jetzt länger halten dann werde ich fragen ob ich schon beim orthopäden eine bescheinigung krieg bestätigung krieg und guck ob ich beim support irgendwas machen kann weil die zehn wochen laufen aus man kann das programm immer wieder machen aber diese ganzen tracking sachen und videos die verschwinden nach zehn wochen wenn ich von den zehn wochen zwei wochen mich nicht bewegen kann ist das warum ich hoffe das wird besser ich komme noch nicht mal zum klo ich habe vorhin sage und schreibe sieben minuten gebraucht um von der couch zum zum klo zu kommen da ist es wieder scheiße egal jammern nützt nichts mehr nur indianer kommen durch das macht echt keinen spaß also ich bin mal gespannt wie diese woche wird ohne bewegung eigentlich wollte ich schön mit meinem papa rührei frühstücken es rief gerade die radiologie an dass ich heute schon zum mrt kann super ich freue mich ich bin mal gespannt ob ich da überhaupt liegen kann ich weiß nicht ob ich mich gerade hinkriege also snacken wir jetzt schnell schon mal den zwischensnack hier meine reiswaffeln das geht schneller ansonsten war die nacht furchtbar ich musste heute nacht auf toilette ich habe 20 minuten gebraucht bis ich aus meinem bett raus kam ich habe schon gedacht ich rufe gleich irgendjemand an der mich hier raus hiebt so laufen wir im moment gerne also ja langhandel rudern wird noch gehen scheiße jetzt mal rein zehn minuten dann fährt mich mein papa sogar toller urlaub nachdem die nacht ja so beschissen war habe ich bis gerade eben geschlafen wir haben jetzt 19 uhr jetzt gehe ich erstmal baden und dann abend essen ich bin noch nicht ganz auf diesem planeten aber ich konnte mal drei stunden zwei zweieinhalb stunden pennen und ich kann einigermaßen gerade laufen ich freue mich auch einigermaßen also es ist noch nicht noch nicht so wie es man macht immer auf das mrt gespannt was da rauskommt und wann ich endlich mal wieder spazieren gehen kann ich will raus ich kann man dem was man meine wohnung machen also so untätig das ist gar nichts für mich heute abend gibt es frisch käse rucola sollte ich das 15 minuten stocken lassen und dann auf einen teller stürzen nach drei minuten statt mittlere niedrige hitze ist das schon kurz vorm platzen also lassen wir das mal man soll es eigentlich auch rollen aber bei mir ist es dann eher kiepsform geworden bei mir ist irgendwie immer das drama dass ich die dinger nie so groß ausbreite wie sie das haben möchten ich kriege nämlich nie den ganzen belag drauf so sieht mein teilchen jetzt aus und das müsste ich jetzt rollen mit rollen ist nichts ne ist wie meine pizza das ist keine kalzone laut original rezept sondern ich mache normale pizza draus und das wird jetzt bei mir auch ein flammkuchen ich teste das jetzt mal und sollte es schmecken gibt es das nächste mal in einer größeren fahne dann kriege ich ein bisschen mehr teig kann es eventuell rollen du hast du hast das auch schon gerade wach geworden essen wieder schlafen ich bin so richtig unzufrieden ich hatte vor so viel auszuräumen und zu putzen wieder kleine putzfimmel ich fühle mich dann immer extrem schmuddelig wo das total quatsch ist aber ich bin so richtig unzufrieden unausgelastet ich bin nicht so ein fauler mensch der den ganzen tag auf kursch sitzen möchte geht nicht anders geht es im moment auch nicht i like ok also mit dünnerem teig der ist jetzt wirklich ein bisschen dick mit dünnerem teig schmeckt das echt gut selbst der körnige frischkäse mag ich normalerweise nicht aber ich habe auch durch das programm champignons lieben gelernt ich mochte vorher die champignons jetzt dadurch dass auf die pizza und noch so ein rezept auch eine lasagne hatte ich auch noch champis drin mega ja man lernt man lernt auch in dem programm einiges übers kochen und man hat so seine eingefahrenen rezepte ich probiere ja schon auch viel gerne aus aber nicht schlecht ok ich muss erstmal eine sitzposition finden ja das lasse ich mir jetzt schmecken ich habe meine snacks heute nicht genommen aber kommen mir auch nicht zu oder mal gucken ich wollte immer mal dieses tassenküchlein ausprobieren da ist so ein süßes tassenküchlein spätestens morgen nehmen wir das in angriff er lacht noch filmchen abend am start gemütlich kommen das ist gemütlich ja wir gucken uns jetzt wieder filmchen an hier ist eine fliege drin ja mehr kann ich nicht machen das ist mein programm im moment mit tee tee am start und breaking in film freunde der erste tag wo ich mal ein bisschen wieder krauchen kann immer noch in krummer haltung aber naja meine schritte die sonst um die 14 bis 16.000 betragen sind jetzt auf unter 2000 reduziert also quasi ich esse ich liege auf couch ich esse ich versuche zu sitzen apropos essen ich habe jetzt mal ein snack versucht witzig ein tassenküchlein das muss ich noch umstürzen jetzt weiß ich wieder nicht wohin mit euch ja die gelenkigkeit ist noch nicht ganz vorhanden cool ob das richtig ist dass das noch so flüssig hier oben ist keine ahnung aber ist ja mega nice das ist was für meinen süßen zahn ich freue mich ich bin ja mal gespannt was diese woche gibt kaum bewegung ernährungsplan halte ich mich dran nützt nur nichts wenn null bewegung da am start aber solange ich mich noch über so ein tassenküchlein freuen kann ach sorry verzeiht wie ich aussehe ich wie gesagt ich sitze und liege immer im wechsel ich esse jetzt mal uh lecker lecker guten morgen der erste tag wo ich aufgestanden bin und einigermaßen gerade gehen kann problem ist nur sobald ich ein bisschen gesessen habe ist wieder vorbei aber ich genieße diesen moment und nach dem fünften tag rückenquarantäne komme ich heute raus ohne Mist ich war die letzten tage unter 3000 schritte und das allein vom klo zur couch zum schlafzimmer ich freue mich dass ich heute mit meinen eltern eine kleine tour mache da mein papa auch total den lüftschaden hat und kaum laufen kann wird es mehr im auto stattfinden aber wir freuen uns über alles was wir außerhalb dieser vier wände sehen so wolteren am start meine fischöl kapseln kommt auch noch dazu ibu nehme ich mit keltikan habe ich schon genommen also echt wie so eine 80 jährige so meine liebe voll gemachtes frühstück egal den apfel den ich essen darf gibt es heute in flüssig form guck wir werden gassi geführt ja ich würde sagen altenheimrentnerclub hat ausgang aber alle hier die eine kann ich laufen an rad hüfte ich habe rücken schön du hast noch eine aber die ist im arsch im wahrsten sinne des wortes ist deine hüfte im arsch guck schön grüß und durch die klimaanlage meint man kriegt so ein bisschen fahrtwind ist fast wie bootfahren diskriminierung wir gucken erstmal wie weit ihr kommt boah warum machst du das weiß ich nicht warte sieh zu wie geschmeidig ich hier rauskomme lachst du mich aus guck mal schön hier wie heißt das bevertalsperre so auch nein das war zärtlich nein schon wird die speisekarte studiert weißt du jetzt kommt herausforderung außen etwas zu essen finden ich darf ein vollei und vier eiklar oder schnittlauch oh ja das ist cool das darfst du doch das darf ich das darf ich nein ein brötchen darf ich nicht eine scheibe brot nein habe ich schon gehabt aber kann der papa ja kann der papa ja haben das habe ich nämlich schon gefrühstückt die dinger überhaupt abheben können schuhkarton das wird mir schon im fahren schlecht werden was ist das für ein gewackelt aber die rente einfach immer dass die dinger überhaupt abheben können schuhkarton ja wo wir jetzt gelandet sind weiß ich nicht wo sind wir jetzt jetzt kommt der hinten weiter nicht jetzt kommt der hinten mit motorschlepp ich bin damals immer mit winde gestartet das ist schlimm ich finde alles schlimm sobald das ding den boden verlässt das ist der schlimme Pfund aber jetzt da oben gefahren ja ja boah herrliches wetter also wir sind auf blauen dunst haben hier die flieger gesehen und sind hier einfach mal hingefahren ich höre immer nur wir du bist gefahren ah aber wie wir sind auch durch die botanik gefahren wer hat uns gezwungen dich mitzunehmen du ich bin hundi ihr müsst mich gassi führen ich kann da nichts für ich will nur ein bisschen sonnenlicht ach der wird mit einem anderen hochgebracht und segelt dann das motorschlepp das ist ja ekelhaft und dann kannst du nicht runter wenn du willst dann kannst du ausdrehen doch du kannst ausdrehen wie kann man sowas gerne machen? ja kleine runde draußen ich freue mich ich kann mich wieder ein bisschen bewegen zwar noch nicht ganz kerzen gerade aber happy happy nach einer woche zu hause fing jetzt die zweite woche urlaub an und ich kann wenigstens ein bisschen spazieren gehen jetzt wollte ich ein paar kirschen noch mitnehmen ich habe noch ein paar frischchen gesammelt und versuche sogar auf dem rückweg bei trinkgut mir ein bisschen was zu trinken mitzunehmen aber viel wird es nicht wegen tragen und heute steht noch Oma schwimmen an Highlight des Tages das ist eine runde beendet ich bin jetzt sogar das ist eine runde beendet drei kilometer unterwegs gewesen das tat richtig gut und jetzt kommt die sonne jetzt gehe ich was zu trinken holen und dann reicht es aber auch schon wie gesagt schwimmen muss ich ja heute auch noch ist ja richtig action heute nein ich genieße das einfach der montag wäre auch geschafft und ich bin bei 10.000 schritten mein spaziergang heute morgen grandios der tat richtig gut dann hatte ich gerade noch meinen Omaplan schon gehabt selbst dafür war ich dankbar heute dass ich mal unter leute kam dass ich mich ein bisschen bewegen konnte nicht zu extrem sobald ich was gemerkt habe habe ich runter gefahren danach war ich sogar noch einkaufen und da ist mir immer noch relativ gut geht also im vergleich zu den letzten fünf Tagen werde ich gleich ein bisschen noch was in der Wohnung machen zumindest den Boden irgendwie mit so einer Teleskopstange bearbeiten jetzt gibt es wieder meine Frischkäse-Rucola-Röllchen alias Plammkuchen-Alagam was soll ich das rollen könnte ich rollen wenn ich die Hälfte vom Belag runter nehme aber wozu es schmeckt auch so genauso wie mich jemand angeschrieben hat dass es ja so viele Rezepte auch in der Armee gibt und dass man sich da ein bisschen durchlesen kann wenn mir das schmeckt habe ich da kein Problem mit das 3-4 mal zu essen also solange ich mich da noch drauf freue brauche ich mich nicht suchen nö voll geil so das haue ich mir jetzt mal zwischen die Gimmel und dann wird hier ein bisschen gewinert schon wieder unterwegs aber so langsam merke ich auch meine Rücken kleine Bummeltour zur Jahrhunderthalle weil um 20.30 Uhr hier alles alles die Jahrhunderthalle rot beleuchtet werden soll was man bei Sonnenschein natürlich super sehen kann Night of Light Bergbaumuseum Brandenburger Tor alles mögliche soll heute in rotem Licht erstrahlen für Veranstaltungstechniker und Künstler sorry dass ich so blinzel ich werde gerade blind aber der nächste Rückenkranke hier Nachbar ist auch mit Rücken am Start ja das sieht auch sehr gesund aus was du da machst aber so weit komme ich noch nicht mal die Frösche quaken die Grillen zirzen das Licht ist an wir warten immer noch dass man sehen kann wow das war ein Reim Goethe ist in so Haus meine Güte wie man sieht man sieht noch nicht viel aber es ist jetzt 10 Uhr wir wollen jetzt nicht noch eine Stunde hier sitzen es wird auch langsam frisch aber wir waren dabei Night of Light wir waren dabei die Rentner müssen ins Bett wir machen jetzt die Autotour in Rot wir machen jetzt die Autotour in Rot hier ist es wärmer Musikforum das ist aber rot da kann man mal richtig was sehen das sieht gut aus ne das sieht gut aus in der gibt es kommen keiner wir kriegen nur Ärger hier egal spezielle Tage erfordern spezielle Begebenheiten Die dritte Woche Size Zero Gym ist rum, wobei wir das Gym mal schön streichen können. Drei Wochen extrem Couchsurfing und Size Zero ist hinter mir. Ich muss sagen, immer noch vom Programm, ich finde es mega. Das ist bis jetzt für mich das Beste, was ich bisher gemacht habe. Ja, muss ich wirklich sagen. Ich habe keinen Hunger, ich verzichte nicht wirklich. Ich hatte noch nicht einmal, und das bedeutet bei mir sehr viel, ich hatte noch nicht einmal einen Schokohieper oder einen Verlangen. Wird kommen, ich weiß, ich male mir da keine rosa Schlösschen, aber es steuert mich nicht, wo ich mit meinem Nachbarn letztes Mal unterwegs war, der hatte Schokolade dabei, es fiel mir nicht schwer, Nein zu sagen. Ja, so kann es weitergehen, bitte nur jetzt ein bisschen Bewegung. Ich muss jetzt, ich weiß, ich kann nicht sofort wieder einsteigen, mit Gewichte heben, aber das höre ich morgen, ich habe morgen meinen Termin beim Orthopäden. Da kommt dann dieses Ergebnis. Die anderen Ergebnisse habe ich heute und ich muss sagen, ich bin platt. Ich hätte damit nicht gerechnet. 24. Juni haben wir heute, genau, 66,4. Das heißt, ich habe jetzt von der letzten bis zu heute 1,3 Kilo abgenommen. Vielleicht durch dieses Ömmeln, war das auch schon Sport? Also nur durch Ernährung quasi 1,3 Kilo. Wow. Ich schreibe euch die Ergebnisse an die Seite. Hinten in Klammern das, was ich insgesamt jetzt in den drei Wochen geschafft habe. Brustumfang 1 cm weniger, Armumfang ist Gott sei Dank geblieben. Ja, weißt du, meine Ärmchen, die dürfen nicht schrumpfen. Meine Taille hat sich wieder um 3 cm verringert, Hüfte 2,5, Oberschenkel 0,2. Da ist nicht viel passiert. Ja, die sind ja auch eher im Ruhemodus gewesen. Ja, das war's. Ich freue mich jetzt auf heute. Ich kann einigermaßen gehen. Keine Schmerzen. Werde heute, also jetzt gleich erstmal zu meinen Eltern frühstücken gehen. Und dann geht's zum Kämmerer See. Kleine Runde spazieren und ein bisschen an den See legen. Ich würde ja gerne drumherum joggen. Das ist so meine beliebteste Strecke, weil man da Gas geben kann. Ja. Geduldig bleiben. Euch wünsche ich auf jeden Fall eine superschöne sonnige Woche. Genießt es, wenn ihr Feierabend habt. Geht raus. Vielleicht nicht direkt in die Sonne, aber in den Wald. Ich finde es herrlich. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bil gal.